No matter how hard I try, try Ich habe fast jeden Tag gestreamt Und halt so MC-Teams Und da oben ist gleich einer Na du? Was möchtest du denn hier? Davyboy? Davyboy HD? Das ist gar nichts Ich abstauben Stopp ab Was will der denn hier? Der ist tot Und der da hinten hat nur gar nichts Also wirklich nichts Haben wir auch getötet Und wenn ihr euch fragt mit welchem Pack ich hier spiele Ich spiele mit dem Hengis-Texture-Pack Und ich brauche mal den Bogen Und hier ist gleich der nächste Der hat gleich mal eine gute Ausrüstung Aber ich hoffe wir können den 1,5 Herzen Verdammt Ja gut auf jeden Fall das was ich gerade sagen wollte war Dass ich mit dem Hengis-Pack spiele Hengis-Pack Version 3 Das wurde glaube ich nicht von Hengis erstellt Sondern von irgendwelchen Leuten auf resource-packs24 Beziehungsweise auch Leute die ich kenne Nur es fällt gerade den Namen davon nicht ein Und ja gut ich habe nicht mal ein Schwert Hier ein paar andere Sachen dazu Ist hier vielleicht ein Schwert drin? Ne aber eine Angel Und ja da die letzte Folge von bei euch so gut angekommen ist Habe ich ja gedacht Warum machst du hier einfach nochmal eine Folge Quicksal bei bei GameStar Es mir gerade am meisten Spaß macht zu spielen Nach HG und nach MC-Teams Und ja keine Ahnung HG ist down MC-Teams Weiß nicht Wollt ihr davon mal was sehen? So ein PvP-Let's Play oder irgendwie sowas? Könnt ihr das ja auch mal in die Kommentare schreiben Und ja da unten ist einer Na du Da habe ich gar keine Sachen Da wird auch tot sein Nice Gute Schuhe hole ich mir jetzt nochmal Die brauche ich nämlich So und ich bin das Soundback in dem Pack Hier auch irgendwie richtig cool Und ja ich werde glaube ich dieses Video mal nicht so oft schneiden Damit ihr auch mal sowas seht Wie ich halt Spiel doch nicht die ganze Zeit Nur die Highlights daraus Und keine Ahnung Und ich mache so ein Mischmasch Daraus mache ich mal wieder so ein Mischmasch Da war der Diamant Dingens Och ne Gegner Hallo Da hat er gleich eine Diamant-Chess Plate für mich So 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 Oh Das war nicht so gut Das war echt nicht so toll Ein bisschen viel Schaden gemacht Hallo Live dein Prämie ohne Premium Oder hat der Premium Ich weiß es nicht Hier sind aber echt so viele Leute Wenn ich hier nochmal weg Zieh die Schuhe an Esse kurz was Und da bist du Na Blue Style HD Alles hit bei dir Ah Nice Oh mein Gott Weiß ich habe sogar eine Angel Da ist ein Gegner Da auch Da ist einer hinter mir her Ne Das Homepack ist irgendwie voll komisch in dem Pack Manche Sachen Weiß ich was das ist Und dann So manche Sachen wo ich gar nicht weiß was das sein kann Oh mein Gott Was ist das denn? Oh nein Es kommt noch einer hinter mir Ach nee Ach nee Ach nee Ach nee Ach nee Nicht der Kann erst was essen Bisschen weiter weg der Junge Alter wie krass war das denn gerade So drei Leute noch im Deathmatch Oh das die labert sich aber auch komisch an Gottes Willen So manche Sachen vom Soundpack feiere ich richtig Manchmal mag ich nicht so Aber das Pack ist generell ziemlich cool Außer dass die Herzen unten so ein bisschen abgeschnitten sind Das müsste man so ein bisschen fixen Da fehlt nämlich so ein Pixel Aber sonst Ist doch nicht alles cool Na ja Redet mich das Laber Sound echt ein bisschen auf Keine Ahnung was wollten die hier machen Der eine geht auf den Der andere geht auf den Äh Wollen wir auf den hier gehen? Ich hab keine Pfeile mehr Ist nicht so toll Boah Ist richtig ekliges Deathmatch Komm schon Nice GG Da haben wir doch mal ne Runde gewonnen Aber der Lava beziehungsweise Feuer Sound Impact Der fuckt mich einfach richtig ab irgendwie Das ist richtig komisch Aber wir gehen jetzt erstmal hier wieder in die neue Runde Spielen auf der Web Siba Tower Und Hier ist eine Kiste mit einer Angel Und einem Und einer Chessplane Und hier ist gleich ein Gegner Den ich töten werde Very nice Dann ist hier oben gleich ein Gegner Genau hier Der wie er auf K ist Haben wir mal mitgenommen Obwohl der hat sich grad Ein paar Sachen genommen Aber wir konnten ihn töten dabei So haben wir das Inventar auch mal sortiert Und dann ist hier hinten noch gleich einer Na du Hier um der Ecke Chillst du Bist du hier hoch gegangen? Ne der ist hier hoch gegangen Der ist hier hoch Hier hoch Hier hoch Da hinten Da kämpfen nämlich zwei Können wir uns ja mit den einen holen Der ist runter gefallen Wir springen hinterher Er setzt ganz viel TNT Oh Wir haben mit einem halben Herz überlebt Das war sogar der letzte Oh Ich dachte das Leben noch mehr Na gut ich recke jetzt erstmal Der Lava Sound der so doof ist Beziehungsweise der Oh hat sich angebrannt Der Junge Mensch 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 Was macht der Junge denn? Ist halt der Bogen Profi oder so Ist halt echt der Bogen Profi Dann ist mir einfach grad die Aufnahme abgeschmiert Das passiert irgendwie gerade irgendwie öfters Keine Ahnung was das ist Ja gut Ähm Egal auf jeden Fall nicht mehr Jetzt möchte ich noch mal in die Kiste Hier ist nichts drinnen Na gut Ist hier auch was drinnen Irgendwie was Tolles Ne Aber hier ist einer irgendwie AFK Da dachte ich auch so Ne ich spiel die Runde mal nicht mit Dann ist hier einfach ein Spieler Ha 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 Der keinen Schaden bekommt So dann sind wir in der nächste Runde Wir spielen auf der Apple Raid Und dann ist dort hinten eine tolle Wunderbare Kiste Oder hier Ich werd mir die hier nehmen Die ist cooler Die ist näher an mir dran Nice Und dann ist hier gleich so ein Typ Der mir ein bisschen Sachen geben möchte Nice Die haben wir getötet So Und so Holen wir uns hier nochmal in die Kiste Haben wir auch einen Steinschwert Und das war noch ein Helm Ne Nice So haben wir das alles Dann ist da hinten ein Pixieplay Und ein anderer Die gerade kämpfen Wollte ich ja mal gerne ein bisschen mitmischen Dann haben wir den abgestaubt Nice Komm du stirbst Er mit seiner Angel Aber treffen tut er nicht so gut mit der Angel Genauso wie ich Warum rennt er denn weg So ist bitte stirb Nice Aber warum hat er denn was gegessen? Da wir noch weiter wegrennen können Hätt ihr vielleicht mich noch getötet Dann ist hier noch einer Aber da sind ein bisschen viele Ein paar viele Kreaturen Könnt ihr den ja einfach mal töten Nice Den haben wir getötet Aber wir wollen Und wir haben Goldapfel Nice Na du Ich habe ein Geld auch gegessen Er hat mich trotzdem getötet Wann macht ihnen alle immer so viel Schaden Eigentlich wollte ich halt eine Runde meine HG aufnehmen Für euch Aber meine HG ist irgendwie down auf meiner Kuh Und dann wollte ich halt eine Runde MCHG von Broad aufnehmen Das ist dann auch irgendwie down Beziehungsweise startet kein Server Oder einfach alles war doof Deshalb muss ich hier eine Runde quickse bei WG im Spielen Und verkacke gerade jede Runde Aber ich bin tot Escape Mit so einem Creeper Na gut so toll ist es auch nicht Die Farben mag ich nicht Aber Da sind aber ganz viele Menschen am eskalieren Haben wir hier mal drauf Haben wir hier mal drauf Bis der hier stirbt Der rennt jetzt weg 50 Jahre Da war irgendwie gerade gestoppt Deshalb konnte ich ihn töten Der bekommt irgendwie auch gleich was Dann kann ich ja hier mal den Dings entsetzen Und dann Ah Hab ich den getötet Ist aber irgendwie keiner mehr Dann erstmal so Dann kommt hier einer hinter mir Dann setze ich mal das hier Oh da kommt noch einer vor mir Äh Genial So hab ich Genial platziert das Zeug Hab den getötet Kann ich erstmal hier wegrennen Äh Ins Wasser Und hinter mir auch wieder einer Ey was ist das denn Ich bin jetzt nochmal getötet Der rennt weg Das ist unfair Finde ich dass er wegrennt Nice Mit dem Bogen abgeschossen Und getötet So muss es sein Oh ich hab meine Pfeile irgendwie weggeschmissen Oh die werden fast in Lava gefallen Mit dem Eis Jetzt zack mir diese Lava wieder ab Das ist das einzige was ich gerade irgendwie am Pack hasse Die Lava so eklig sich anhört So mein Freund Nice Hab ich ein bisschen boasted Und die dann getötet Haben wir noch eine Runde Quick Survival Games gewonnen Und ja So ich werde jetzt einfach diese Runden mal zusammenschneiden für euch Ich hoffe es hat euch gefallen Auch wenn es jetzt wieder mal ein Quick Survival Games Video war Ich werde versuchen jetzt noch eine HG Runde aufzunehmen Und ja Ich wollte jetzt auch irgendwie nicht so drei Tage wieder kein Video hochladen Nur weil ich eine HG Runde als nächstes bringen wollte Und ja Deshalb Ja Wollte ich mich jetzt nochmal für das Zuschauer bedanken Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen Und ja Vergesst nicht bei meinem Stream vorbeizuschauen Vielleicht will ich euch heute Abend nochmal streamen oder so Und deshalb einfach unten in die Beschreibung gucken Also im Twitch Das ist Twitter Da ist einfach alles was ihr wollt Und ja Mein Follow bei Twitter würde mich auch mal freuen Denn da habe ich noch nicht so viele Wenn ich auf Twitter poste immer generell sauviele Sachen Und das heißt sauviele Sachen Ich poste da immer Ab und zu mal was Aber auf jeden Fall Wollte mich auch da über ein Follow freuen Und würde ich sagen Haut rein bis zum nächsten Mal Ich hoffe es hat euch gefallen Und Bye Bis zum nächsten Mal